Traritrara, die Post war da und hat mir ein Paket vom Karl Heinz gebracht und da schauen wir jetzt gleich einmal hinein was da alles drinnen versteckt ist für schöne Sachen da bin ich natürlich neugierig und verpackt das ganze ein Staubsauger wird ja doch nicht drin sein ein kleines Briefchen dabei lieber Karl hiermit ein Dankeschön für deine Freundschaft die Glockklingen und deine tollen Videos und 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 herzlichst Karl Heinz super echt top und was sind da meine Euglein oh man oh man oh man da ist ja Ende nie oh man Freunde ich werde das Paket mal auspacken leg alles am Tisch und dann schalte ich noch einmal ein Mann oh man ja Freunde ich habe jetzt mal alles ausgepackt da komme ich aus dem Staunen eigentlich ja gar nicht raus gewaltig was da alles drin war Karl Heinz vielen vielen herzlichen Dank ich bin von den Socken fangen wir mal an mit einer wunderschönen Wolldecke die mir tipptopp noch in meiner Sammlung von meiner Trapper Style fehlt jetzt habe ich eine Topdecke das ist echt super eine Garnitur Käfchen Erbswurst hatte ich auch schon lange nicht mehr dann zweimal Schoca Cola die kenne ich die sind in Zartbitter und in Vollmilch echt super ein Moorer scharfe Teile die Kollegen Wahnsinn hier noch Paprika lecker eine Würzmischung mache ich mir immer wieder selber zweimal Energy trinke ich auch verdammt gerne dann habe ich hier noch einen kleinen Becher mit Espit der Karl Heinz weiß zwar dass ich die Espit nicht vertrage aber ich werde sie mal versuchen als Anzündwürfel mal schauen dann aha die kenne ich auch von uns in der Firma das sind so Verband wo man eigentlich sonst nichts braucht für den Finger oder so nicht schlecht für Fleisch oder Fisch zum auflegen für den für die Grillerei auch tipptopp hier habe ich noch Jack Wolfskin eine Wasserflasche wow top echt top kein Gewichter Style super super ah Taschenlampe ja die kann man immer brauchen optimal Taschenlampen kann man nie genug haben echt super super was haben wir noch das dürfte ein 3x Tuch sein ja da liege ich richtig optimal ein schönes 3x Tuch wenn man auch immer brauchen kann AA Batterien ja auch super Verband Kompresse Bundeswehr okay ja mit Gebrauchsanweisung ja die Teile sind einfach top so was braucht man immer wieder ich hoffe man braucht es nicht aber man hat es dabei und ein schönes Lanyard wow also da hast du dich aber gewaltig übernommen das sind ja diese Glockklingen ja nicht einmal annäherungsweise wert also da kann ich mich wirklich nur allerherzlichst bei dir bedanken für die Teile echt super du wirst sie natürlich alle wieder im Einsatz sehen die Decke kommt gleich auf den Schweden haha sehr gut und auch das andere Teil kann ich sehr gut gebrauchen ich sage nochmals herzlichen Dank für alles vielen vielen Dank und du wirst die Sachen sicher in einem der nächsten Videos sehen in diesem Sinne Ciao und Danke Danke